Werden Sie ein Erfolgsmensch auf der ganzen Linie durch totale Selbstbeherrschung. Verbannen Sie Stress, Existenzangst, Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und andere Erfolgskiller für immer aus Ihrem Leben durch totale Selbstbeherrschung. Meistern Sie jede noch so schwere Herausforderung und jede aussichtslose Lebenslage und wehren Sie jeden Gegner geschickt ab durch totale Selbstbeherrschung. Knacken Sie jedes knifflige Problem im Handumdrehen und werden Sie zu einem beliebten Magneten für finanziellen und zwischenmenschlichen Erfolg durch totale Selbstbeherrschung. Gehen Sie den Königsweg zum absoluten Lebenserfolg. Wenden Sie totale Selbstbeherrschung an und beherrschen Sie damit jede Situation. Stellen Sie sich vor, Sie sind mit sich selbst im Reinen. Sie stehen unerschüttlich wie ein Fels in der Brandung des Lebens. Sie beherrschen sich. Sie beherrschen jede Situation. Sie beherrschen sogar Ihre Umwelt. Was könnte solch einem Menschen den Erfolg verwehren? Nichts. All diese Qualitäten erreichen Sie allein durch totale Selbstbeherrschung. Und die wiederum erreichen Sie durch diesen einmaligen Ratgeber. Machen Sie es mir nach. Bevor ich das Wissen anwandte, das ich Ihnen hier vermittle, stand ich vom Abgrund, gesundheitlich, wirtschaftlich, menschlich. Erst die totale Selbstbeherrschung ermöglichte es mir, das Steuer meines Lebens radikal herumzuwerfen. Das schaffen auch Sie. Lassen Sie sich in meinem Ratgeber die Macht der Selbstbeherrschung zeigen, wie Sie die totale Selbstbeherrschung erreichen. Und dadurch jedes Ziel im Leben. Geben Sie Ihrem Leben einen positiven Kick. In jeder Sekunde. Ihr Leben ist viel zu kurz und zu schade, um es an Angst, Sorge, Missgunst, Lustlosigkeit und anderen negativen Gefühlen zu verschwinden. Wirkliche Erfolgsmenschen kennen so etwas gar nicht. Durch die Macht der Selbstbeherrschung werden Sie ein positiv denkender Mensch. Werden Sie zu einer charismatischen Führungspersönlichkeit. Aus Selbstbeherrschung wird Selbstsicherheit. Und solche Persönlichkeiten stehen immer im Mittelpunkt des Gestehens. Streichen Sie ungelöste Probleme komplett aus Ihrem Erfahrungsschatz. Lernen Sie, sich selbst zu beherrschen. Und alle Widrigkeiten des Lebens werden von Ihnen abprallen wie ein Regentropfen von einem Ostfriesenerz. Selbstbeherrschung kann jeder Mensch erlernen. Das ist sogar einfacher, als man denkt. Dieser Ratgeber, die Macht der Selbstbeherrschung, wird es Ihnen beweisen. Auf der CD-ROM oder im Download finden Sie alle im Buch beschriebenen Werkzeuge. So können Sie gleich damit anfangen, Ihr Leben durch Selbstbeherrschung enorm zu beherreichern. Weitere kostenlose Informationen zu dem Buch, die Macht der Selbstbeherrschung, finden Sie auf der Erfolgs-Online.de. Alles wird gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher